Deutschland und Frankreich werden weiterhin Vorschläge im Rahmen dieses von mir jetzt geschilderten Gesamtpakets machen, die eine noch engere und auch verbindlichere Zusammenarbeit in Fragen der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Euro-Mitgliedstaaten mit sich bringt. Dies wird auch Vertragsänderungen mit einschließen. Wir werden dies unseren Kollegen vorschlagen und dann natürlich warten, welche Reaktionen sich daraus ergeben. Ich fange vollständig mit der Chanceliere, aber ich kann mich die Dinge zu erklären. Recapitalisierung der Banken, wir werden das mit unseren Bezüllen, in den Städten, weil die Ökonomie braucht, für die Verkaufnahme, die Finanz- und Wirtschaftspolitik. Es gibt keine Ekonologie prospere, s'il n'y a keine Banken stabilisierten Fiat- und Fiat- und Fiat. Das ist das, was sich spielt. Und unser Akkord auf das Thema ist komplett.